Liebes Tagebuch Am Anfang war das Wort. Da war das Wort auf dem Blatt und auf dem Blatt, da war das Wort. Und es war gut, denn nun war die perforierte und kleinkarierte Buchblockseite nicht mehr leer und einsam wie vorher. Schwung voreinander gesetzte Buchstaben hatten den Weg auf selbige gefunden und nun stand da ein Wort. Und kurz darauf noch eines und es war wieder gut, denn nun war auch das erste Wort auf dem Papier nicht mehr allein. Und danach noch eins und es war wieder gut und... Und das klingt ja auch alles ganz nett, aber... Was will der Autor uns damit sagen? Liebes Tagebuch Wir beide haben gerade genau 73 Wörter gebraucht, um zu beschreiben, dass nun ganze drei Wörter auf dem Papier stehen. Dabei steht noch nicht einmal fest, dass sie auch dort bleiben werden. Manche werden durchgestrichen, ausgebessert, ausradiert, verworfen, ersetzt. Und nicht zu vergessen die vielen Wörter, Silben und Buchstaben, die es gar nicht erst aufs Blatt geschafft haben, weil man sie am nächsten Tag nach dem Schreib oder sonst irgendeinem Rausch nicht mehr entziffern konnte. Für jedes Wort, das da auf dem Papier steht, seien es nun drei oder dreitausend, gibt es ein Vielfaches an Wörtern, die nicht dort stehen. Wörter, die wir noch nicht gefunden haben. Wörter, die nicht zu uns passen. Da sind nun drei Wörter auf dem Blatt. Für manche sind es nur wenige Buchstaben. Für uns aber 100.000 Anfänge für 100.000 Geschichten. Zum Beispiel... Er ging fort. Wohin? Zur Schule? Auf eine gefährliche Arktis-Expedition? Oder nur mal eben Zigaretten holen. Die Nacht war viel zu kurz. Schwül. Der Grund für viele Mückenstiche. Es ist schön, wenn den Leuten mein Text gefällt. Wenn es mir nichts ausmacht, wenn das nicht der Fall ist. Bitte spring nicht! Du bist nicht Karlsson vom Dach! Der Applaus war frenetisch. Zählst du eigentlich mit? Ich liebe dich! Jetzt ist Schluss. Mit lustig. Mit Wörtern im Kopf statt auf dem Papier. Mit all dem Ungesagten. Also beginnen wir zu schreiben. Mit Netz und doppeltem Boden und Radiergummis. In petto. Denn nirgendwo hast du so viel Macht. Ja, wo sonst kannst du mit einem Strich so vieles ändern? Und wo sonst kannst du eine Welt erschaffen, wie sie dir gefällt? Welten, in denen deine Helden gewinnen. Welten, die manchmal absichtlich schwarz-weiß sind. In einer Welt voll 50 Schattierungen grau. Welten, wie wir sie uns bereits erlesen haben. Wie oft schon haben wir der kindlichen Kaiserin einen neuen Namen gegeben. Wie oft schon waren wir 20.000 Meilen unter dem Meer. Lagen mit den drei Fragezeichen beim Rätselnraten daneben. Aber nur bei den wirklich spezial gelagerten Sonderfällen. Und banken mit Heinrich dem Fünften im Kampf gegen ein riesiges Heer. Wir haben mit so manchem Klauen die Ansichten geteilt. Und sind mit pelzigen Füßen nach Mordor gelaufen. Sind schwerelos mit Perry Roden für eine Weile im Weltraum verweilt. Hatten beim Lesen unter der Bettdecke keine Zeit zu verschnaufen. In unserer Kindheit hießen Vampire noch Rüdiger und hatten keinen Waschbrettbauch. Wir mochten das Sams und das kleine Gespenst und den kleinen Riesen Turtur. Und Räuberhotzenplotz irgendwie auch. Käpt'n Blaubeer lehrte uns, trau niemals einem Stollentroll. Und denke dran, schwimmen im Schwimmbad ist nur in einem vollen Toll. Mit 15 schlichen wir uns nachts aus dem Haus und fühlten uns wie der Graf von Monte Cristo. Denn wir rebellierten und sagten auch nein, wenn Mama sagte, ist so. Manche Dinge verstanden wir damals auf Anhieb. Zum Beispiel wie Romeo sich fühlte. Oh ja. Dort unten vorm Balkon. Manches verstanden wir erst beim zweiten Mal. Bader-Meinhof war uns noch zu komplex. Und ich verstehe bis heute nicht wirklich den Unterschied zwischen konkav und konvex. Aber hey, 42 kann manchmal die Antwort auf alles sein. Und schlicht ein Handtuch die Waffe deiner Wahl. Also komm, krieg den Arsch hoch, spitz den Bleistift und fang an. Wie Beppo der Straßenfeger konzentrieren wir uns nur auf den Moment. Und auf das nächste Wort, das kommen wird. Nicht zu sehen, was vor uns liegt, sondern was gerade passiert. Und Ende ist für uns noch lange nicht zu Ende. Denn zwischen all dem Gekritzel, dem Durchgestrichenen und den vielleicht zu behaltenden konservierten Gedanken, stehen dort nun dreimal drei Worte auf dem Papier. Es war einmal. Da glaubten wir noch, was uns vorgelesen wurde. Es ist jetzt. Dass wir wissen, dass nicht alles wahr ist. Aber viel ist schön und das ist manchmal traurig. Es wird sein. Dass Fantasie und Realität sich nicht ausschließen. Denn so lange Generationen nach uns noch, gebannt in Licht, gehüllt, unter der Bettdecke die Abenteuer ihrer Helden verfolgen. Und sogar Menschen aneinander ihre Geschichten weitergeben. Ob nun gesprochen wie hier oder gedruckt auf Papier. So lange ist es noch nicht vorbei. Also komm, krieg den Arsch hoch, spitz den Bleistift und fang an, deine eigene Geschichte zu schreiben. Es ist Zeit. Zeit.